Yo, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video von mir und zwar, ihr habt es schon in der Videobeschreibung gelesen, heute soll es wieder um Ufo gehen. Heute um 0 Uhr bringt er auf jeden Fall einen neuen Song raus, wir hören auf jeden Fall kurz rein. Wir gönnen uns auf jeden Fall eine kleine Hörprobe. Uns hat auf jeden Fall eine geile Nachricht erreicht, denn Ufo hat vor vier Tagen eine geile Nachricht auf Instagram gepostet, beziehungsweise einen Post rausgehauen mit der Unterschrift, der Song mit Future steht. Leider schaffen wir es zeitlich nicht mehr, den Song aufs Wave-Album zu packen, aber der Song ist krank und kommt safe aufs Nichts. Es wird auf jeden Fall ein übertrieben geiler Song werden, denke ich. Wurde auf jeden Fall gut ballern. Ja, aber zum eigentlichen Thema, Ufo haut heute um 0 Uhr, on time raus, das ganze Feed Gunner. Ich würde sagen, wir hören uns einfach mal ein paar Parts davon an. Vorab, was ich zum Song auf jeden Fall anmerken kann, ist, beziehungsweise was sich positiv hervorhebt, bevor man den Song überhaupt schon gehört hat, der geht länger als 3 Minuten 30. Also mittlerweile gehen ja fast alle Songs nur noch 2 Minuten 30. Das ganze dient natürlich dazu, um die Streaming-Zahlen zu erhöhen. Ich meine, umso kürzer, umso öfters streamst du den natürlich. Ist ja klar, aber das finde ich auf jeden Fall gut, dass der Song mindestens 3 Minuten geht. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ich würde mal sagen, dann hören wir uns hier mal ab 39 Sekunden was an. Meine Tracks sind geliebt, ja. Geil, Alter, Ufo ist der Beste. Finde ich übertrieben nice. Gunner hat auf jeden Fall auf Instagram auch 1,9 Millionen Abonnenten. Mehr als Ufo, Ufo hat 1,5 Millionen. Geil, also der Track ist auf jeden Fall geil. Ähm, sein Part fängt, glaube ich, ab 1,20 an oder so. So, hören wir mal rein. Übertrieben geiles Song. Also ich feiere den Song auf jeden Fall richtig, feiere den Song auf jeden Fall richtig heftig. ähm, streamt den Song auf jeden Fall ab 0 Uhr bei Spotify tot. Ähm, Musikvideo wird, glaube ich, auch kommen. Denke ich mal auf YouTube. Könnt ihr euch dann ab 0 Uhr einfach mal geben. Ich würde mal sagen, wir gönnen uns noch den Refrain oder so. Also, richtig geiler Song. Ich feiere den Song auf jeden Fall übertrieben. Heute kommen auch geile Songs raus. Es kommen noch von Joni, Randale und noch einige weitere. Wie gesagt, streamt den Song auf jeden Fall ab 0 Uhr auf Spotify. Ist übertrieben nice geworden. Kann man sich richtig gut geben. Feiere ich. In diesem Sinne soll es auch schon gewesen sein. Ich würde mal sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace. Peace.